Wann kannst du hier eigentlich mittlerweile wieder fliegen? Nein, ich bin aber schon im Lager. Ich versuch gerade hier hochzukommen. Ich hab voll die geile Fähigkeit. Ich hab eine Fähigkeit, damit ich 1500 Schaden mache. Ich habe euch erwartet. Dann holen wir erstmal schnell die Würmer. Wer ist denn jetzt da angekommen bei mir? Ich. Ach, lass mich doch in Ruhe, du dämliches Viech. Wurde gerade wohin? Was, du bist nicht mehr da? Ich hab gerade so ein Bild. Das ist ein Winter. Huh. Echt? Das ist nicht. Glaskreuzel, naja, das muss ich jetzt auch machen. Musst du erstmal wieder einen Weg runter finden. So, mir wird hier angezeigt, dass hier welche spawnen. Das sind bestimmt die, die ich schon weggeklatscht hab. Was ist denn anders? Hier liegt nämlich noch ein zusammengekringeltes. Das kann ich nicht looten. Hm. Äh. Eines zusammengekringelte kann ich auch nicht looten. Äh. Äh. Hallo, was bist du denn hier? Geh mal weg hier von mir. Ach. Wieder. Haha. Da guckst du blöd aus der Welche. Ich hab dich umgehauen. Diese Steine, die am Boden sind. Die sind so nervig. Ja. 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 Da hinten ist noch so ein Würmchen. Da hinten ist noch so ein Würmchen. Kann ich nicht looten. Lass mir mal bitte eins übrig, Tyrods. Wie er eins übrig lassen? Ich hab grad mal erst eins. Übrig lasst du? Ich hab grad mal erst eins. Ja. Bei uns, wo wir ingerannt sind, dort liegen Haufen Tote auf dem Boden. Die können doch keine auf dem Boden. ich bin ja bei euch ja ich glaube die habe ich umgelebt muss ja lupen damit ich die komische malek oh jetzt habe ich vier und da kann ich jetzt das habe ich nicht gewusst ich gehe mich mal ein bisschen weiter zurückziehen ich hab jetzt fünf ich hab jetzt fünf ich hab drei und fünf du bist ja auch nachzügler wieso bist du level 15 ich? ja? oh äh warum bin ich level 15 das ist kein würziges ziel deswegen kämpft man auch immer mal ja 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 ich kann ja auch noch Ne, ich versuch grad da irgendwie wieder Gucken, wie ich da hochkomme Ich bin ja Bin ja fast hinter dir Und etwas, was ich looten kann Oder konnte Da waren sie tot Das ist ein gültiges Ziel So Willkommen, Nyang Nyang Oh, der eigentlich ist Level 16 Oh, Endeavor Okay, Video Vater mag Wein so gerne Er hat immer eine Flasche dabei Wenn ihr ihn seht Erkennt ihr ihn an einer blauen Weinflasche mit Leder Er wollte mich an der Brücke treffen Warum war er nicht dort Wo ist er Okay Dann müssen wir wohl jemanden suchen Seht euch die Reklame an Äh, Reklame Reklame, hallo Hä, bin ich bescheuert Äh Erzählt euch die Reklame an Der hat uns zwar schon sprecht Mit PO 1 Leiden zu erfahren Oh, Endeavor Bis bald Okay Hier gibt's aber keine Reklame Äh, bin ich jetzt blind? Äh Äh, die sind in deinem Inventar Äh, was? Hä, ich hab gar nicht im Inventar Natürlich hast du was im Inventar Musst du Opa, Gander Ne, ich hab nur Verbände hier drin Auf der anderen Seite Auf der linken Wenn du i drückst Wo seid ihr? Seid ihr schon auf dem Weg? Na, ich hab grad Ich spreche mit Ah, okay Dann muss ich Das ist deiner Die Mieze gehört wieder mir Ich hagen kann's Ja, die geben ordentlich XP hier 3.000 Schatzi ist endlich schnell weg Hmm You lift. ich habe durch die fast ein level abgekriegt der grad geredet ach du bist schon beim reden ich bin die ganze zeit am kämpfen tags ist schon wieder weit geflogen oder gegangen der kann ja die himmelsbrücke an dem flugtransport ich glaube hier seid ihr ja da bist du ich glaube hier sind wir richtig entweder wir haben also ich habe jetzt sie mit welches ist das die ist ja nicht hier müssen wir erst hinlaufen so einer ist wieder da beim lager dings untersuche die himmelsbrücke die frage was oder wo ich weiß was ist ist da hinten was wird ihr rennt einfach los und ich bin immer noch am suchen auf der map für was ist unten dieses gk das ist jetzt bei mir gelb gk du hast doch unten bei dem kopf von deinem charakter tp mp und dann noch gk ich habe hp mp dp ich habe gk und das war erst grünes gelb das ist weil wir wir konnten doch einfach mal aussuchen es ist davon abhängig zusätzliches schild weil wir eher auf Tänky gebaut sind da gehört also das ausgesucht hat ok warte mal jetzt müssen wir was hier unten müssen wir drüben mit irgendjemandem reden also hier lang und darüber oder wie anscheinend ja kämpfen bei mir weiter hier oben gibt es nichts verwandlungstrank lepares ich werfe mir jetzt mal so einen trank ey du siehst dann halt aus wie so ein wie wunderschön aus das kannst du für sechs oder sieben acht minuten nicht weg machen schatz liebst mich noch ja 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 natürlich wo bist du denn guck mich doch mal an schatz und renn nicht weiter au eigentlich das hat seine gründe ich weiß nicht mal wo ich hin muss ich auch nicht und ich komm die glaube nicht mal raus ich hab keine ahnung doch jetzt komm ich wieder raus wo bist du hin gesprungen ich bin da runter gefallen guck mal liebst du mich noch ja wieso rennt die wieder weg die sieht dass meine frau kommt und dann nimmt die olle Reis aus au irgendwas hat mich angegriffen ja das war das Vieh was ich gerade angreif ja ich krieg immer noch Schaden ach das ist der Blutdeffekt den die Viecher dir geben es gibt Neuigkeiten nicht so viel Sonne hoffe ich doch beschafft den Malek Transport Plan